Untertitelung. BR 2018 Was wird Mina? Kommt die jetzt oder kommt die nicht? Ich habe eine Stunde im Ladebildschirm. Ich kriege keine Verbindung. Ja, das stimmt. Hier ist ein Ladebildschirm. Da ist der Pfeffer drin. Mal gucken, wie lange sie hier noch machen. Kann sein, es ist unnettlich. Bereit zum Eliminieren der Feinde. Abwarten! Und ihr hattet euch mit der getroffen, oder wie? Ja, hier fliegt er auf dem Heimweg vom Frisch ihrer Mama. Ich denke, wenn wir nachher angefahren hätten, 10 Kilometer. Und wir wollten das so ein letztes Mal schon machen, aber dann hat es uns zeitlich doch nicht mehr reingefasst. Und da wir diesmal am Sonntag zurückgefahren sind, am Montag, was da ja auch mal gesagt hat, wir würden es nur auf eine Zigarette dabei kommen, weil ich 10 Kilometer mache, einen Bratherz. Und wir waren ja um 10 Minuten, wenn wir das auch nicht verabschieden. Und wir sind nicht, dass wir uns nicht mehr von hier gehört haben. Rekord, wir sind nicht mehr von hier gehört. Hm. 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 Oh Gott. Die machen hier rechts die Haupttür auf. Wir werden geschützt. Wir werden geschützt. Wir werden geschützt. Ich bin nicht mehr hier. I am Nablus. Ja, ja, deswegen bleibe ich doch weg. Ich weiß, dass ich hier bin nicht rund. Ja, ich habe es schon von hier, sie sind hier. Jawohl. 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 hat er schon geschnitten schön die erste runde gewonnen er hat glaube ich eine halbe minute vorher noch gezündet das haben manche männer so an sich wie in 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 Das ist ein Wieser. Bei die Chilisbon-Kose, bei Kai. Ja, ja. Ohhhh. Dann müssen wir uns am Sonntag, muss ich gerne gucken, ob die Kostad auch nicht mehr aktualisiert werden. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ja, ja. Wo? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Da haben wir gesehen, dass da was reingebaut. Also wirklich viel auf geht auf sich. Ja, nur ein bisschen. Oh, nö, Mann. Ich wollte einfach gerade mal hinstellen. Ich kann doch nicht helfen. Ich komme nicht aus der Ecke raus. Oh, danke. Na, warte. Ich bin am ganz anderen Ende von dem Gang. Also nicht mal direkt vor der Tür, sondern am anderen Ende von dem Gang. Ja, guck mal da, wenn er eine Tür ausfällt. Nichts von dir. Na, warte. Da ist eine Drohne und da kommt nicht mehr einer von. Wo? Warte von wo? Ach, von unten, oder? Ja, erst kommt von unten. Da ist ein neues Magazin. Ich glaube, wir haben schon. Ich glaube, wir haben noch jemanden zu tun. Wo ist die alte Fahne hier? Ich glaube, wir haben jetzt noch immer verbaut. Ja. Da ist es gut. Ich glaube, wir haben auch nicht gehört. Hier im Kopf dahin. Aber da ist nicht alle. Nein, ich glaube, die Reise nachher. Ja. Schön. ach von der rechts von der tür schade wir alle schade und Ich muss jetzt hier an den Mappen nehmen. Ab unten sind sie. Da ja. Oh ja, dann muss ich hier noch mal wieder sehen. Komm dort. Ähm, eigentlich ist so Gyros, beziehungsweise eine Sahnesauce mit... Gyros mit Sahnesauce und auf Reis. Ich hatte Bock auf Griechisch. Keine bösen Wörter. Oh, ich wollte hier oben bleiben. Ach ne, ich spiel ja nicht Fuse, ich spiel ja Finca. Hm. So was macht man nicht. Verbindung wird aufgebaut. Bereit wurde konstatiert. Spannend. Heck nicht erfolgreich. Danke. Hm. Du hast ihn in den Schärfer fallen gelassen. Oh, ich habe mich auch gepackt. Ach, wieder ist noch die Aroni bereit. Ja, ja, ich sehe es. Ich habe meinen SkyMossack gewährt, jo. Scheiße. Scheiße. Bislang gezögert. Heckvorgang. Ressource konvertiert. Ressource konvertiert. Ich habe gesagt, da rechts ist die Koppkan-Falle dran. Ich habe den Koppkan-Falle dran. Wie hast du gestalt? Ja, ich habe den Koppkan-Falle. Ach, auch. Ich habe den Koppkan-Falle. Schön. Schwieriger raus kann. Ich habe den Koppkan-Falle. Es bleibt noch 10 Sekunden. 5 Sekunden sind jetzt sie auseinandergegangen. Aber es war eine gute Idee. Das, was du jetzt gesagt hast, erinnern dich nur mal an die Höhle, letztens im Vorlauf. Was ist das Viecher da, ey? Nicht, dass die andere Höhle, wo wir oben reinguckt haben, sind beide gleichzeitig runtergegangen. Achso, das ist ja auch. Das passiert mir in der Thistle-Squeed auch manchmal. Aber meine Uschi kann sich ja mittlerweile abrollen, daher ist es nicht so schlimm. Da kriege ich keinen Fall Schaden. Was meinst du jetzt? Dass er sich abrollen kann oder was? Ja, das auch. Aber das kommt ja von ganz weit oben. Und er schafft sie. Haltet nach anderen aus. Ne. Ja, meistens so ein Blut, also ein Blumen-Ding. Die nicht. Nicht die gute Kassandra. Das ist schon mal raus. Das ist schon mal her. Das ist schon mal zu vermeiden. Das stimmt auch. Starte Heckvorgang eingesetzt. Gerätkonvertiert. weil ich fühle drüber aber b ja kommt danke doch mal über b ja sander wird es hier oben bei mir habe ich getötet ich habe es jetzt gesichert Die Drohne macht sich auf den Weg. Entschärfung eingeleitet, entschärfer beschützen. Ein verbleibender Operator vom eigenen Druck. Es wird warten, bis er geplant ist. Sie kommt. Erst wenn sie anfangs verschärfen sollt ihr was unternehmen, so lange man nicht weiß, wo ihr seist, ob sie die E-Toma-Temmel ist. Egal. Hat er trotzdem geschafft. Ja, er hat bitte gesagt, nötig. Hm? Wo ist die? Ja? Ja? Drohne des eigenen Trupps eingesetzt. Gegner verstärken Position. Da haben wir sie doch alle. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Hm. Ja, diesmal werden die wahrscheinlich auch oben drüber absafen. Da haben sie nämlich nicht geholt. Sanderball wahrscheinlich wieder hochläuft. Oder Cavera. Ja. 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 Ich lade ein US-Magazin. Oh Mann, ich wusste, dass der hochkommt. Jetzt muss ich auch einfach deine Drohne sitzen, mein Süß. Schade. Schade.